Die Kategorie Idee richtet sich an ganz junge Unternehmen, die noch nicht gegründet sind, die einfach eine tolle innovative Dienstleistung oder technologieorientiertes vorhaben. Wir schauen uns dabei natürlich ganz besonders die Innovationshöhe dieser neuen Idee oder dieser neuen Technologie an. Uns interessiert ganz besonders die Gründermotivation und die fachliche Qualifikation des Gründerteams oder des Einzelgründers und natürlich auch Kundennutzen und Markt und Wettbewerb sind wichtige Kriterien für uns. Bei HiDoc entwickeln wir letztendlich digitale Lösungen für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Unser erstes Produkt richtet sich an Patienten mit chronischen Verdauungsproblemen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, indem wir eine skalierbare und multimodale Therapie entwickelt haben. Und das Schöne daran ist, das Ganze ist rund um die Uhr verfügbar, einfach über das Smartphone in der Tasche. Neu ist es eine Plattform, in der Musiker in virtuellen Umgebungen live auftreten können und Musikhörer von der ganzen Welt sich mit Freunden zusammen in einem virtuellen Konzert zusammenfinden können anhand von Virtual Reality. Pipe Hydro Energy entwickelt intelligente Druckregulierungssysteme für Wasserrohrleitungen. Aber die eigentliche Innovation sind die verstellbaren Schaufeln. Dies ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Druckverhältnisse und Wasserflüsse. Neben der Druckregulierung kann die Turbine auch diesen Druck in elektrische Energie umwandeln. Dadurch haben wir eine Win-Win-Situation. Wir gewinnen, weil wir uns bei HiDoc nicht nur Probleme mit einer hohen gesundheitlichen wie volkswirtschaftlichen Dimension widmen, sondern wir machen Medizin besser, individueller und vor allem menschlicher. Wir gewinnen, weil wir in Neuss etwas gefunden haben, worauf die Musikindustrie wartet. Wir gewinnen, weil unsere Vision einer nachhaltigen Wasserversorgung jeden Menschen in unserer Gesellschaft betrifft.